Musik Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Grey Matter. Wir sind mitten in der Unterhaltung mit Malik und wir fragen ihn, warum machst du mit beim Experiment? Warum hast du dich für das Experiment angemeldet? Wie meinst du das? Naja, ich will einfach nur wissen, warum du bei dem Experiment mitmachst. Ist doch kein Verbrechen. Ich kann das Geld gut gebrauchen. Irgendwie ist der eigenartig. Was denkst du über das Experiment von gestern Abend? War irgendwie merkwürdig und überraschend. Der Abend war in der Tat merkwürdig. Aus welchem Grund soll man sich denn bitte Sportübungen vorstellen? Das war ganz und gar nicht merkwürdig. Forschungsergebnisse belegen, dass die bloße Imagination von sportlicher Betätigung das Gehirn dazu veranlasst, die gleichen Impulse an Muskeln und Nerven auszusenden, als würde man tatsächlich Sport treiben. Und das Ganze wirkt sich auch noch fast genauso positiv auf die Gesundheit aus. Habe ich auch schon mal gelesen. Für das Gesundheitswesen sind das sensationelle Erkenntnisse. Vor allem in Bezug auf Menschen mit Behinderungen. Zurzeit wird viel in diese Richtung geforscht. Das stimmt wirklich, Leute, ne? Das wisst ihr. Diese Maske. Und der Keller erst. Ist schon alles ziemlich schräg. Aber am merkwürdigsten war, dass... Ich... Trotz allem... Ach, egal. Was? Was? Er wirkte so... Normal. Oh Gott. Ich habe erwartet, dass... Ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe. Ja. Geräte. Ist dir an Stiles Geräten irgendwas aufgefallen? Nein. Gar nichts? Sind ganz normale FMRT-Geräte. Allerdings der gehobenen Klasse. Ist schon ungewöhnlich, sowas in einem Privathaushalt zu haben. Aber andererseits, die Geräte sind nicht invasiv. Also harmlos, wie er gesagt hat. Du bist ja hier in der neurobiologischen Abteilung und kanntest Dr. Stiles bestimmt schon vor dem Experiment, oder? Naja, kennen ist übertrieben. Ich habe schon einiges über ihn gehört. Von den Leuten hier in der Abteilung? Hast du überhaupt den leisesten Hauch einer Ahnung, wer Stiles ist? Er ist, oder besser gesagt war, einer der berühmtesten Neurobiologen in der Geschichte der Wissenschaft. Ich habe in der Schule einiges über ihn gelernt. Insofern weiß ich schon einiges über ihn, denke ich mal. Zumindest von der Zeit, als er in dieser Abteilung gearbeitet hat. Okay. Dr. Stiles gehört doch immer noch zu dieser Abteilung, oder? Er musste zum Beispiel Mr. Hadley den Plan für sein Experiment vorlegen. Offiziell gehört er vielleicht noch zu dieser Abteilung. Aber jeder weiß, dass er bei dem Unfall einen Hirnschaden erlitten hat und berufsunfähig ist. Glaub mir, der ist durchaus noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Ein paar von denen hätte ich selbst gerne. Und warum hat er dann seine Lehrtätigkeit aufgegeben und seit dem Unfall nichts mehr veröffentlicht? Naja, immerhin hat er seine Frau verloren. Na und? Frau hin oder her? Hör auf damit, bitte. Deine Anteilnahme rührt mich zu Tränen. Der Tod gehört zum Leben. Vielleicht kommt er einfach nicht damit klar, dass die Leute ihn die ganze Zeit bedauern und immer wieder Fragen wegen des Unfalls stellen. Und dann von ihm erwarten, dass er ein paar Monate später alles vergessen hat. Letzten Endes wird er dann auch noch für verrückt erklärt, weil er die Erwartungen nicht erfüllt. Stiles hätte weiterarbeiten müssen. Das wäre er der Welt und seinen Studenten schuldig gewesen. Sagt wer? Nee. Glaub doch, was du willst. Der ist dumm. Ja, geh. Hey, wir treffen uns um zwölf im Innenhof von St. Edmund Hall. Schau doch mal vorbei. Oder auch nicht. Wir sind doch fertig, oder? Okay, anscheinend können wir jetzt nur mehr zum Dreadhill anwesend. Schauen wir mal dahin, oder? Oder? Schauen wir mal in den Speisesaal, in den Salon. Vielleicht gibt es da ja jetzt irgendwas interesting. Vielleicht können wir bei seinem Computer irgendwas umher tippen, oder so. Geldbeutel. Ich frage mich, warum Mrs. Dalton hier einfach so Geld herumliegen lässt. Andererseits kommt außer mir niemand hier rein. Da kann man nicht reinschauen. Ah, vielleicht können wir da jetzt rein. Das wäre cool. Abgeschlossen. Schade. Waschenbecher. Ach, hör auf. Okay, bis es ausschaut, gibt es da doch was interessantes. Dann schauen wir mal in den Speisesaal. Da hat sich auch nichts verändert, so wie es ausschaut. Dann reden wir mal mit der Mrs. Dalton. Die hat sicher irgendwas zum Sagen. Die alte Frau. Hallo. Hallo. Ne, ich kann mit dir nicht reden. Okay. Was muss ich denn dann da machen? Schauen wir mal rauf. Hey, wir könnten ja mal zu unserem Hosen schauen, Houdini, der ja noch immer die gleiche Karotte hat. Das ist sehr interessant. Fragezeichen, Glas? Aha, was gibt es da? Ich habe gerade keinen Durst. Du trinkst jetzt. Aha, die Blümchen. Houdini muss diese Pflanze für ein ... Schön, schauen wir mal in unseren Rucksack. Hallo Houdini. Ach so, das Büdel haben wir ja aufgeschaut, haben wir gerade gefragt, wo das Büdel hin ist. Okay, da ist nix drinnen, dann gehen wir mal raus. Ich habe schon was da drin ist. Ich nehme an, dass keines der Zimmer benutzt wurde, seit die Klinik geschlossen hat. Schau doch mal rein. Ich glaube, das ist das Zimmer von Dr. Styles. Irgendwie komisch, dass unsere Zimmer so nah beieinander liegen. Wenn, dann soll er das Zimmer wechseln. Ich gebe meins auf keinen Fall her. Ich glaube, dass es das Zimmer wenden soll. Okay, scheint es auch nix zu geben. Dann bleibt uns jetzt eh nochmal der Keller übrig, wo wir hier gehen können. Euer Baby-Überassend. Genau, was wir jetzt machen müssen. Da haben wir... Nein, da sind wir eigentlich fertig. Schauen wir mal hinten... Wo ist eigentlich der Dr. Stiles die ganze Zeit? Ist er immer nur in seinem Schlafzimmer? Oh, hörts mal! Achso, und auch die Zettel sind vorher noch nicht oben gehängt. Okay, dann gehen wir da wieder raus. Schauen wir mal da her. Vielleicht ist die Tür jetzt offen. Nein, ist sie nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Was müssen wir da tun? Schauen wir mal zum College. Vielleicht... Da muss ich nicht... Okay, es muss irgendwas im Anwesen sein. Über was? Okay, das ist die Anweisung. Das war fast zu einfach. Da kriege ich ja beinahe ein schlechtes Gewissen, wenn er mich dafür bezahlt. Okay, das haben wir ja schon erledigt. Ah, der Experimentenplan. Klingt ziemlich überzeugend. Wer hätte gedacht, dass man den größten Nutzen aus sportlicher Betätigung alleine mit seiner Vorstellungskraft ziehen kann? Aber was bringt uns der Plan? Schauen wir mal zum Hinterhof. Vielleicht hat sich da jetzt irgendwas da. Man weiß es ja nicht. Da ist nur der Turm. Da würde ich auch gerne mal reingehen. Schauen wir mal in die Garage. Die Garage. Ja, unser Motorrad steht nur immer da. 007. Das Motorrad muss warten, bis ich etwas mehr Geld zusammen habe. Ich bin Everett. Samantha Everett. Agente 007. Oh Mann, Leute. Was muss ich tun? Und warum brauche ich dir eine Telefonnummerliste? Es ist eine alte Liste mit den Telefonnummern der Mitarbeiter in der neurobiologischen Abteilung. Jetzt Patrick. Es ist eine alte Liste. Ich soll da wen anrufen, oder? Wozu? Oh Mann, du mit da. Schauen wir mal. Ich nehme diese mal in die Hand. Wenn, dann benutze ich das Handy. Fällt weniger auf. Oh. Schauen wir mal. Ah, vielleicht könnt ihr auch nriffen. Im Moment wüsste ich nicht, warum ich... Hm. Nee, was nicht. Vielleicht reden wir nur mal mit der alten Frau. Hallo? 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 Aber mit der Kämmer nicht reden. Oh Mann, oh. Foyer. Schauen wir mal auf die Pinband. Da hängt auch nichts Neiges. Hä? Ich hab keine Ahnung. Bücher, Feuerwerke, äh, wenn man Computer, Fotos von Patienten, Foto von Pärchen, die Blume... Ich würd da gern rein. Schauen wir uns mal da nochmal rum. Ah, das ist er und Delora. Die beiden geben ein nettes Paar ab. Und das Foto ist... Hm. Hm. Es muss irgendwas im Keller, glaub ich, sein. Irgendwas im Keller. Ähm. Das wird nichts. Terminplaner. Schauen wir uns mal einen Terminplaner an. Wo ist die Callcenter? Oh, das ist alles. Das ist eigentlich vor allem. Und deshalb das. Das heißt, es gibt Wissenschaft und Geschick. Ja. Das ist die Frau von dem Gemälde über der Treppe. Das ist die Frau von von dem Gemälde über der Treppe. Das ist die Frau von... Das wollen wir schon ein Buch? Ein bisschen leichte Unterhaltung... Sieht Victoria? So was könnte ich mir in meiner... Da war gerade was. Okay, sind nur die Blumen. Dein Gehirn auf einer Tafel. Oh Mann, was muss ich da? Vielleicht müssen sie das in seine Akten einsortieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wissenschaftliche Artikel. Was muss ich da? Schauen wir mal in die Bibliothek. Ich weiß nicht warum. Aber... Ich kann sie um Hilfe bitten, aber dazu muss ich erst... Ja, dann geh doch rein. Geh doch rein. Geh doch rein. Liebe Frau Miss Bibliothekarin, können Sie mir helfen? Im Moment weiß ich nicht, was ich Sie fragen kann. Hitzen wir uns nur mit meinem Computer. Das ist der Artikel, den ich in Davids Aktenschrank gefunden habe. Richtig, stimmt. Das ist der Artikel, den ich in... Moment. Was ist das da, gell? Vielleicht kann ich... Im Moment weiß ich... Na, hätte man gedacht, wenn wir ihr vielleicht den Artikel geben... Dann... Kommt irgendwas gut bei ihr oder so? Ich weiß es ja nicht. Vielleicht muss ich mal jetzt echt durchlesen. Aber... Ich glaube nicht, dass das... Dr. Stiles schreibt wirklich gut, aber ich glaube nicht an Psy-Kräfte und das ganze andere paranormale Zeug. Anweisungen. Generell müssten aktengemäß ihr anfangs blau... Okay. Das war fast so ein... Ich verstehe es nicht. Was ist eigentlich das für dieser Daedalus-Club, gell? Also das Symbol vom Daedalus-Club. Das ist wirklich ein schönes Haus. Es ist immer gut, wenn man weiß, wo man hingehört. Du weißt aber schon, dass es nicht dein Zuhause ist, Sam. Du bist dann nur Gast. Leute, ich bin verzweifelt, ich sag's euch. Was muss ich da tue? Laut Mrs. Dalton hat Stiles beschlossen, seine Arbeit aufzugeben und die Klinik zu schließen. Vielleicht hat es ihm ja an besonderen Fällen gemangelt. Laut Mrs. Dalton... Ach Leute, ich mache jetzt da eine Folgenpause. Folge ist ja 20 Minuten. Reicht vollkommen aus, ne? Und ja, ich habe gerade wirklich keinen Plan, wo ich hingehen muss. Ich mache jetzt mal eine Pause, ich tue ein bisschen was essen. Und ja, dann würde ich sagen... Dann... Warte mal. Mein Doktor... Im Moment wüsste ich nicht, warum ich dort anrufen soll. Okay, ähm... Ja, und dann... Überlegen wir uns, was wir als nächstes tun, wo wir hingehen. Es muss irgendwas... Blond und elegant. Mit anderen Worten, nicht so wie ich. Irgendwas muss da im Haus sein. Aber ich komme gerade einfach nicht drauf, was. Deshalb... Jo, ist Schluss, ne? Wir sehen uns in der nächsten Episode von Grey Matter. Ciao! Wir sehen uns in der nächsten Mal.